Die Föderation Bosnien und Herzegowina, früher auch als bosniakisch-kroatische Föderation bezeichnet, ist neben der Republika SRPSK eine der beiden Entitäten des Staates Bosnien und Herzegowina. Hauptstadt der Föderation Bosnien und Herzegowina ist Sarajevo. Die Föderation entstand im Zuge der politischen Aufteilung des Landes nach dem von 1992 bis 1995 dauernden Bosnienkrieg. Bevölkerung Die Föderation hat laut vorläufigen Resultaten des Zensus 2013 2.371.603 Einwohner, darunter 1.636.603 Bosniaken, etwa 495.000 Kroaten, etwa 95.000 Serben und etwa 145.000 Sonstige. Die Bosniaken stellen in den Kantonen Unasana, Tuzla, Zenika, Doboy, Sarajevo und bosnisches Podrinje die deutliche Mehrheit. Die bosnischen Kroaten in den Kantonen Posawina, Westherzegowina und im Kanton Zehn. In den beiden Kantonen Herzegowina, Nelifa und Mittelbosnien sind die Mehrheitsverhältnisse von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Im Westen Bosniens gibt es einige Gemeinden mit serbischer Mehrheit. Politische Gliederung Die Föderation ist in zehn Kantone unterteilt. Die Kantone sind ihrerseits in Gemeinden untergliedert. Geografie Das Gebiet der Föderation umfasst seit dem Dayton-Vertrag ohne das Kondominium Britschko-Distrikt etwa 50% der Fläche von Bosnien und Herzegowina. Die Föderation umfasst den Süden und Südwesten des Landes bis zum im äußersten Westen gelegenen Bihaq sowie das Zentrum des Landes fast bis an den Flussseif im Norden. Von diesem wird sie jedoch durch den Britschko-Distrikt getrennt, der als Kondominium beider Entitäten direkt dem Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina untersteht. An der Sejf existieren zwei Exklaven des Kantons Posawina, die ebenfalls zur Föderation gehören und von der Republika SR Peska und dem Britschko-Distrikt auf der einen Seite und von Kroatischem Staatsgebiet auf der anderen Seite umschlossen werden. Die größten Städte sind Sarajevo, Tuzla, Zeneca, Musta und Bihaq. Geschichte Die Föderation Bosnien-Herzegowina wurde unter US-amerikanischem Druck durch die Verträge von Washington vom 18. März 1994, die die militärischen Auseinandersetzungen zwischen kroatischen und bosniakischen Truppen in einigen Teilen von Bosnien und Herzegowina beendeten. Als gemeinsamer politischer Rahmen für die überwiegend bosniakisch und kroatisch besiedelten Gebiete des Landes geschaffen. Die Föderation beanspruchte zunächst die 1994 von Kroaten und Bosniaken kontrollierten sowie die vor dem Krieg mehrheitlich von diesen beiden Völkern bewohnten Gebiete des Landes für sich umfasste bis zu den bosniakischen und kroatischen Offensiven im Sommer 1995 de facto jedoch nur etwa 30%. Um zukünftige Konflikte zu vermeiden, sollten die höchsten Staatsorgane der Föderation paritätisch bzw. proportional mit Angehörigen beider Nationalitäten besetzt werden. Die Kantone sollten weitgehende Autonomie erhalten. In den vorher umkämpften Gebieten in Zentralbosnien und der mittleren Herzegowina wurden zwei Kantone mit Sonderstatus gebildet, in denen ähnlich wie auf föderaler Ebene die Parität der Nationalitäten gewährleistet wurde. Die 1994 neu gebildete Regierung der Föderation fungierte zunächst gleichzeitig als Regierung des weiter bestehenden bosnisch-herzegowinischen Gesamtstaates, dessen Restparlament wurde zum provisorischen Parlament der Föderation. Der Aufbau der Staatsorgane der Föderation ging jedoch unter anderem aufgrund der institutionellen Beharrungskräfte der in vielen Bereichen bestehenden Parallelstrukturen nur schleppend voran. Als eine mögliche Lösung des Bosnien-Konfliktes wurde damals ein Beitritt der bosnisch-herzegowinischen Serben zur Föderation in Form von zusätzlichen serbischen Kantonen angesehen. Dazu kam es jedoch nicht. Vielmehr wurde durch das Abkommen von Dayton von 1995 die Föderation zu einer von zwei Entitäten des Staates Bosnien und Herzegowina, während die Republika SRPSK die zweite Entität wurde. Das Territorium der Föderation beträgt nach dem Abkommen von Dayton etwa 50% des Territoriums der Republik Bosnien-Herzegowina, wobei sich die Grenzziehung zur Republika SRPSK nur teilweise an den Bevölkerungsverhältnissen vor den Krieg, oft jedoch am Verlauf der Frontlinien im Spätsommer 1995 orientiert. Nach dem Abkommen von Dayton wurden die Staatsorgane der Föderation von denen des Gesamtstaates Bosnien und Herzegowina getrennt, an denen nun auch Vertreter der Republika SRPSK beteiligt wurden. 1996 fanden die ersten direkten Wahlen zu den Parlamenten der Föderation und ihrer Kantone statt. Im Jahr 2001 kam es im Zuge der Affären um die Absetzung des Politikers Ante Jelawik und die Schließung der Herzegowacka-Banker zu Konflikten, zwischen bosnischen Kroaten und dem Amt des Hohen Repräsentanten. Einer Entscheidung des Verfassungsgerichtes von Bosnien und Herzegowina von 2001 zufolge haben, in Abweichung vom Abkommen von Washington in der Föderation neben den Bosniaken und den Kroaten auch die Serben den Status eines konstitutiven Volkes, was umgekehrt auch für Bosniaken und Kroaten in der Republika SRPSK gilt. Aufgrund einer vom Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina dekretierten Verfassungsänderung ist seit 2002 Serbisch als Amtssprache der Föderation mit Bosnisch und Kroatisch gleichgestellt und das Kyrillische ebenso wie das lateinische Alphabet als offizielle Schrift der Föderation anerkannt. Präsidenten, Premierminister, Regierung Bei den Wahlen am 12. Oktober 2014 hatte die SDR auf Föderationsebene die meisten Stimmen gewonnen, vor DF und HDZ-BIH. Es gab 16 Ministerien zu verteilen. Durch lange Streitigkeiten um deren Besetzung zog sich die Regierungsbildung bis zum 31. März 2015 hin. Die HDZ-BIH erhielt alle fünf kroatischen Ministerien und zusätzlich noch ein weiteres Ministerium. Die DF verlangte zunächst die drei serbischen Ministerien und erhielt letztlich fünf Ministerien. In den eigentlichen Regierungsverhandlungen kommunizierten die Parteivorsitzenden von DF und HDZ nicht miteinander. Die SDR gab sich schließlich mit nur fünf Ministerien zufrieden. Obwohl sie bei den Wahlen mehr Stimmen auf sich vereinen konnte als HDZ-BIH und DF gemeinsam. Diese Koalition zerbrach bereits im Juni 2015 nach einem Streit über Postenbesetzungen in Staatsunternehmen. Ende Juli 2015 wurde ein neuer Koalitionsvertrag mit drei kleineren Parteien abgeschlossen. An die Stelle der Demokratischen Front traten die bosnisch-herzegowinische Patriotenpartei. Die Partei für BIH und die Partei der Demokratischen Aktivität.